Vielleicht ist ja auch der eine oder andere von Ihnen gerade verunsichert, weil mal wieder ein Presseartikel durch die sozialen Medien gehen, in dem berichtet wird, wie Zoom-Konferenzen gehackt werden oder über so ein sogenanntes Zoom-Bombing, dem strategischen Stören von Zoom-Konferenzen. Meiner Meinung nach kein Hacking, sondern alles eine Frage der Sicherheitseinstellung, die ich Ihnen in diesem Video zeige. Mein Name ist Tobias Albers-Heinemann und ich wünsche Ihnen viel Spaß. Als Moderator oder Moderatorin eines Meetings sind wir dafür zuständig, was in unserem Meeting passiert. Wir haben das Hausrecht, wir müssen auf Störungen reagieren, genau wie in analogen Settings. Das setzt allerdings voraus, dass wir auch wissen, woher diese Störungen kommen, damit wir überhaupt darauf reagieren können und was wir dagegen tun können. Deswegen ist es unabdingbar, dass wir uns, egal mit welcher Software wir arbeiten, uns mit den Sicherheitsfeatures auch auseinandersetzen. Und bei Zoom ist es relativ einfach, weil sehr viel auch einfach gebündelt ist, was wir jetzt gleich sehen werden. Der Klassiker ist aber erst einmal in einer Videokonferenz das vergessene Mikrofon, das nicht stumm geschaltete Mikrofon. Und hier haben ja Moderatoren, Co-Moderatoren über den Button Teilnehmer die Möglichkeit, eine Teilnehmerliste aufzurufen. Und wir sehen dann hier auch an den Mikrofonen, wo jetzt gerade ein Pegel, ein Ausschlag ist, welches Mikrofon aktiv ist. Können uns die Person auswählen, gehen auf den Namen, dann erscheint hier ein Button mit Stumm schalten, womit wir das Mikrofon deaktivieren können. Was wir nicht können, ist ein Mikrofon oder eine Webcam eines Teilnehmers aktivieren. Das geht nicht. Wir können lediglich auffordern und darum bitten, dass es aktiviert wird, aber selber aktivieren können wir es nicht. Die weiteren wichtigen Einstellungen sind im Bereich Sicherheit auch zu finden. Das heißt, wir haben hier oben auch den Bereich jetzt erstmal Meeting sperren. Wenn ich jetzt hier draufklicke, ist dann das Meeting auch wirklich gesperrt. Und auch Leute, die die Zugangsdaten haben, die das Passwort haben, die kommen nicht mehr rein. Das Meeting ist abgeschlossen. Warteraumfreigabe. Der Warteraum kann aktiviert werden bei der Planung eines Meetings. Die Teilnehmenden, die kommen dann erst in eine digitale Lobby, werden dann einzeln oder komplett in das Meeting reingelassen. Auch kann ich während eines Meetings Personen in einen Warteraum wieder zurückschieben. Profilbilder ausblenden. Sie sehen jetzt hier auf der recht oberen Seite ist jetzt ein Profilbild von meinem Account auch zu sehen. Vielleicht macht sich auch der ein oder andere Sparer den Spaß, dort provozierende Bilder oder Inhalte auch zu posten. Irgendwelche extremistischen Symbole etc. Das wollen wir natürlich nicht in unserer Videokonferenz sehen. Deswegen haben wir die Möglichkeit, Profilbilder ausblenden. Und dann werden diese auch gar nicht mehr angezeigt. Bildschirm freigeben. Immer wieder höre ich vom sogenannten Zoom-Bombing, dass Leute in eine Videokonferenz kommen und unaufgefordert Inhalte teilen und somit die Konferenz zum Springen, zum Explodieren bringen. Freigeben kann man natürlich nur, wenn man das Recht dazu hat und wenn man das technisch kann. Und das kann man mit dieser Funktion einfach unterbinden. Ganz einfach wäre es, die Freigabe für Teilnehmer erstmal zu deaktivieren. Da kann auch niemand freigeben. In meinen Veranstaltungen habe ich dann aber auch mal Referentinnen und Referenten, die entsprechend auch mal das Recht brauchen. Die mache ich dann kurzweil zum Co-Moderator. Denn Co-Moderatoren können auch den Bildschirm freigeben, auch wenn die generelle Freigabe für alle deaktiviert ist. Genauso gut kann ich auch den Chat deaktivieren in einer Videokonferenz, um zu verhindern, dass dort eben zugespampt wird oder Spam-Links auch geteilt werden. Ich kann verhindern, dass sich Leute umbenennen. Wenn, ich sage mal, gerade der Trend besteht, nicht nur provokante Profilbilder eben auch, ich sage mal, zu verwenden, sondern eben auch provokante Namen, kann ich dies damit unterbinden. Ich kann verhindern, dass die Leute sich selbst ja wieder freischalten oder das Mikrofon freischalten. Ich habe ja vorhin gezeigt, ich kann Personen stumm schalten. Und in der Regel ist es auch so, und das ist ja auch gut so, dass die Leute, wenn die einen Redebeitrag haben, selbst das Mikrofon wieder aktivieren können. Aber diese Fähigkeit, diese erlaubt ist, das kann ich jemandem auch wieder entziehen und das kann ich auch generell der Gruppe entziehen, wenn ich merke, das klappt überhaupt nicht. Dann kann ich alle stumm schalten und mit die Option wählen, dass sich keiner erstmal wieder freischalten kann. Und dann habe ich erstmal Ruhe und kann wieder vor Ordnung sorgen. Video starten. Oft haben wir ja auch, ich sage mal, die Situation oder manchmal gibt es die Situation, dass es eine Konferenz gibt, wo man die Videobilder eben nicht haben möchte. Aber es kann natürlich auch sein, dass es Personen gibt, die sich einen Spaß draus machen, irgendwie den blanken Hintern in die Kamera zu strecken, um einfach auch Leute zu provozieren. Und da kann ich das Video deaktivieren, genauso mit dem Mikrofon, mit der Option, dass das Video nicht mehr gestartet werden kann. Teilnehmer entfernen. Und natürlich habe ich ja das Hausrecht. Das heißt, ich darf auch mal den Spieler des Platzes verweisen oder sie auch mal aus dem Raum rauswerfen, wenn es überhaupt nicht geht. Das ist mein Recht, was ich habe und natürlich auch die Pflicht im Rahmen meiner Moderation, wenn etwas, ich sage mal, überhaupt nicht mehr richtig läuft, kann ich zur Not Leute auch einfach aus dem Meeting rauswerfen. Der letzte Punkt ist ein ganz wichtiger und das sehen Sie auch schon dadurch, dass er rot ist. Rot sind wichtige Punkte, das ist nämlich so ein Notfall-Buzzer. Stellen Sie sich jetzt einfach mal vor, Sie verlieren die Kontrolle über Ihr Meeting. Das heißt, die Leute kommen in Scharen rein, die nicht eingeladen sind, teilen die Links, Sie geben die Freigabe voll, Sie teilen rechtsextremistische Inhalte und spammen den Chat voll und strecken alles Mögliche in die Webcam. Und Sie haben einfach das Gefühl, Sie haben die Kontrolle verloren. Dann klicken Sie auf diesen roten Buzzer, das ist wirklich so ein Notfall-Buzzer, alle Aktivitäten aussetzen. Und wenn ich jetzt hier draufklicke, dann werden auch wirklich alle Aktivitäten ausgesetzt. Das heißt, der Chat wird deaktiviert, die Videos deaktiviert, die Mikrofone stumm geschaltet, die Breakout-Sessions werden runtergefahren. Es ist wirklich ein Lockdown, wie er im Buche steht. Nur noch der Moderator hat dann, ja, Rederechte oder die Agierungsrechte und kann dann im Prinzip wieder Ruhe in der Videokonferenz herstellen. Ein zentraler Punkt, der jetzt noch nicht unter Sicherheit zu finden ist, muss aber auf jeden Fall auch nochmal erwähnt werden. Der betrifft nämlich die Annotationsmöglichkeiten bei Freigaben. Denn oft sind wir ja in der Situation, dass wir zum Beispiel einen Vortrag halten, der Bildschirm freigegeben wird, wie ich das jetzt hier gerade mal simuliere mit meinem Browser, den ich freigebe. Und dann passiert folgendes, irgendwie irgendwas passiert mit meiner Freigabe. Und das liegt daran, dass es sein kann, dass die Annotationsrechte, also die Kommentierrechte für die Freigabe aktiviert sind. Und das finden Sie, wenn Sie jetzt hier oben in der Menüleiste von Zoom hier oben einfach mal gucken. Und hier auf mehr klicken, gibt es diesen Punkt Beschriftung für andere deaktivieren. Das heißt, manchmal kann es ja wirklich sinnvoll sein, etwas freizugeben, wie das Whiteboard zum Beispiel bei Zoom. Und andere können reinschreiben, Brainstorming, kommentieren etc. Manchmal ist es überhaupt nicht sinnvoll. Dabei muss man einfach wissen, diese Funktion verbirgt sich hier oben. Beschriftung für andere aktivieren und deaktivieren. Einfach, dass Sie bei der Freigabe vor bösen Überraschungen auch gefeilt sind und sich entsprechend darauf vorbereiten können. Und das waren jetzt im Prinzip erstmal die wichtigsten Punkte im Bereich Sicherheit, die ja zu beachten oder die es zu beachten gibt. Bei Zoom, wie gesagt, sehr viel ist auch zu finden. Ich wünsche Ihnen wirklich sehr viel Spaß und auch Erfolg bei Ihren Zoom-Konferenzen, bei Ihren störungsfreien Zoom-Konferenzen. Wenn Sie dazu Fragen, Anmerkungen haben, einfach in die Kommentare oder schicken Sie uns eine E-Mail. Ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute. Bis bald. Tschüss.